und damit herzlich willkommen zu einer neuen runde form ich denke ihr könnt schon sehen wir sind architekt jawohl ihr habt richtig gehört es ist soweit ich habe jetzt ein paar updates abgewartet und habe mir jetzt überlegt kommt es sind einige updates rausgekommen und jetzt genau ist der zeitpunkt gekommen an denen ich mir jetzt sage wir schauen uns das ganze wieder an ich habe damals aufgehört weil es ein paar probleme gegeben hat und deswegen damals aufgehört jetzt ist ja einiges dann hoffe ich mal gefixt worden und all das mögliche und jetzt gucken wir uns das ganze wieder an und ich muss gestehen ich freue mich so ein bisschen bisschen architekt ist wirklich ein sehr sehr schönes spiel und ich freue mich wirklich sehr dass wir uns das jetzt auch noch mal gemeinsam anschauen so unsere ersten grundlagen die unsere ersten infos haben wir ja hier schon bekommen ich sehe dass jetzt muss ich hier richtig weil hier hier oben links so die anzeige von meinem dx service so die die gefangenen habe ich glaube ich erstmal ausgeschaltet jetzt habe ich das gemacht ja gut die habe ich erstmal ausgeschaltet ist auch das beste was man eigentlich am anfang tut einfach mal die gefangenen ausschalten und jetzt lassen wir erstmal die ganzen materialien ankommen weil die herrschaften dann gleich hier fertig sind genau das auch noch ausladen so und dann fangen wir mit dem ganzen prinzip jetzt auch eigentlich schon an ich werde jetzt nicht wieder alles ins kleinste detail erklären aber so an sich werde ich das natürlich wieder mit erklären mir gibt es jetzt auch viele verschiedene dinge ein paar sachen die auch anders gemacht worden sind habe ich zumindest mal gehört scheinbar aber bis jetzt bis jetzt ist alles beim alten eigentlich so beim letzten mal hatten wir ja das grundprinzip dass wir hier langen zellen block hatten hier langen zellen block und hier das ganze werde ich jetzt nicht diesmal so machen sondern ich werde das ganze jetzt diesmal ein bisschen anders da aufbauen um einfach zu versuchen die maximalste sicherheit zu bekommen werde ich das jetzt einfach ein bisschen anders gestalten wir werden ein lagerraum sowie auch die verwaltung denke ich mal hier so im unteren bereich machen aber in erster linie müssen wir jetzt mal schauen dass wir als erstes einen zaun machen und ich glaube das ist jetzt absolut das wichtigste von allen als erstes ich versuche auch so viel platz wie noch möglich rauszuholen ich lasse da extra so ja so zwei felder lasse ich mal offen diesmal außer hier an der straße da ziehen wir das einmal komplett durch ich sag mal bis ja doch jetzt sieht es ja hier komplett durch so hier lassen wir zwei felder wie schon gesagt offen und dann ziehen wir erstmal einen kompletten zaun außen rum damit wir da erst einmal einigermaßen in safe sind also in sicherheit sind nicht in safe dann lassen wir sie mal schon mal werkeln ich nehme das ganze jetzt auch am stück auf das heißt also ich werde nicht nach 20 minuten oder halbe stunde abmoderieren sondern ich werde das jetzt erstmal komplett am stück aufnehmen so ein bisschen also eine komplette sächen und die dann eben in einzelne stücke schneiden so dass es eben passt passt so die machen den zaun jetzt schon mal also ich habe mir das diesmal so vorgestellt dass wir ja einen eingangsbereich sozusagen hier machen der ist ja sozusagen auch hier und wir werden in die mitte des ganzen komplexes werde ich versuchen den hof zu machen vom prinzip könnten wir den vielleicht sogar schon mal ausschildern würde ich sagen ist natürlich ein bisschen schwierig also wir werden dann auf jeden fall nachdem der zaun gesetzt ist nochmal in den pausen modus gehen müssen damit wir das ja wie soll ich sagen damit wir das auch wirklich ein bisschen dann planen können weil frei drauf losbauen ist eigentlich nicht so eine sehr gute idee das andere ist wir können auch schon mal in der zeit gucken ob wir irgendwelche aufgaben nein nicht aufgaben wo ist es hier ob wir irgendwelche subventionen haben die wir uns schon zunutze machen können grundlegende haftanstalt baue eine übergangszelle ein duschraum hof küche kantine stelle mindestens zwei wachen ein stelle mindestens zwei köche ein das wäre eigentlich schon mal so eine grundlegende sache die wir uns ja annehmen können haben wir auch schon gemacht an die muss man jetzt nicht mehr bestätigen ist auch ein bisschen bisschen doof eigentlich na gut man sieht es eigentlich hier gut personal wohlfühl das lassen wir mal noch und die verwaltung das machen wir noch aber wir machen jetzt erstmal die grundlegende haftanstalt würde ich sagen und das mal zum anfang ist das eigentlich gar nicht so verkehrt so also die idee ist dass wir einen hof in die mitte bauen diesen hof eventuell in einen käfig versehen das heißt also wir bauen außenrum um den hof logischerweise ein zaun oder eine mauer was auch immer ein zaun ist glaube ich gar nicht so verkehrt und ich werde dann so habe ich mir das überlegt einen zwei breiten als zwei feldbreiten weg um diesen hof wiederum machen wo nur die sicherheitsleute eigentlich durch sollten ich weiß nicht ob ich das verbarrikadieren kann doch mit der tür glaube ich geht das mit der personaltür genau wo nur diese leute durch können einfach nur im falle dass ja im hof es eine keilerei gibt was durchaus passieren kann so dann würde ich sagen gucken wir mal wir machen als erstes mal die bäume weg gebäude reinigen laufgeschwindigkeit gebäude reinigen das ist das auch nicht planieren wahrscheinlich auch nicht okay geht nicht wenn die bäume weg machen okay dann lassen wir die bäume halt mal da wo sie sind oder ich habe es einfach nur falsch gemacht kann natürlich auch sein die sind ja soweit schon ja das passt okay ähm wir brauchen jetzt ein gebäude beziehungsweise einen hof das heißt wir werden uns jetzt einfach mal jetzt den hof ausweisen ich weiß aber noch nicht wirklich wie ist der zu groß ist der zu klein ich würde sagen der ist eigentlich recht gut oder ich hoffe es zumindest um den hof wie ich ja gerade schon gesagt habe machen wir nun einen zaun wobei ich mache den ein kleines bisschen kleiner dann machen wir einen zaun außenrum hier kommt dann praktisch ein weg außenrum beziehungsweise wir brauchen da wir können den weg da hin machen brauchen den aber nicht einzukesseln sondern wir machen da einfach dann die die mauer des gefängnisses außenrum das würde eigentlich auch schon reichen da brauchen wir etwas was schnell ist eine gehwegplatte kostengünstig und eigentlich auch sehr schnell dann haben wir hier auch schon mal den gehweg außenrum und dann könnten wir eigentlich das gebäude schon angrenzen lassen mit den einzelnen zellenblock also wir machen das praktisch zellenblock a zellenblock b c und hier kommt eigentlich kein zellenblock hin sondern hier kann man dann das sind die verwaltung und die kantine und die ärzte kann man die ärzte bereiche hin machen vielleicht so habe ich mir das jetzt mal überlegt bauen ziegel gut bauen ziegel okay das planen wir aber würde ich sagen okay wir lassen als erstes lassen wir das jetzt mal so weit machen gesichert minimal eine tür ja gut die tür ist klar eine tür eine tür eine tür eine gefängnistür große gefängnistür ferngesteuerte tür nee das ist dann schon eher für hardcore wie dreht man noch mal ich weiß es nicht mehr oh das war falsch stopp so kriegt man die bäume jetzt weg okay jetzt weiß ich gar nicht mehr wie man die ganzen sachen gedrehen konnte super ah mit dem mausrad stimmt so ja mal drei vier fünf sechs drei vier fünf sechs perfekt also ist hier eine tür jetzt ist natürlich die frage idealerweise natürlich machen wir das so dass sie auch dass jeder dass sie praktisch von jeder seite rein können drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechszehn siebzehn achtzehn dann machen wir machen wir die tür wo machen wir sie hin ich würde sagen hierhin machen wir die tür zwei medien wir haben ja sie sind sie sind licence sie sind